Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga im Grinsewald. Weil hier soll sich ja die legendäre Schwe-Extrem befinden, dieser ganz besondere Witzwein. Und wir sind jetzt hier bei den sogenannten Zwergenlöchern. Weil wir können ja jetzt mit unserem Hammer noch andere Dinge machen. Zum Beispiel kann uns Luigi ganz klein machen. So, und ihr seht schon, da müssen wir jetzt eben ein bisschen flott sein. So, und zack. Na, jetzt ist das hier aufgegangen. Luigi kann jetzt hier hin. Oder, naja, nicht so wirklich, weil das geht halt nur zu zweit. Andererseits, was ist hier drüben noch? Achso, hier sind nur ein paar Blöcke. Okay, so, Sirup, Pilz und noch ein Sirup. So. Gut, Luigi, dann bitte nochmal draufhauen. Ja, schönes Mario wieder normal. Und jetzt... Hochsprung. So, und aha, was ist das hier? Fass Spaß Teil 1. Eine Kurzballade in zwei Sätzen nach Invino Veritas. Ein leeres Fass steht einsam da. Taugst du direkt darunter auf, so nimmt das Fässchen seinen Lauf. Genau, das hat jetzt nämlich was mit diesem komischen Gesicht hier zu tun. Wenn wir uns nämlich so hier hinstellen. Ja, dann tun wir uns nur weh, das ist jetzt nicht so gut. Also, das heißt, wir tauschen die Plätze. Mario schlägt das Luigi. Versinkt er in der Erde, dann kann er hier so drunter und dann schwupps. Und schon steckt er ein Fass drin. Und jetzt stellen wir uns hier so hin. Haha. So, und jetzt können wir da rauf. Sehr praktisch. Und Luigi kommt jetzt einfach mit der Arbeit raus. So, das wäre nichts gewesen. Sehr praktisch. So, lassen sich einige coole Dinge anstellen. So, Vorsicht. Ich habe hier so ganz komische Viecher hier. Ganz komische Gegner. Oh, aha. Hier kommen wir leider nicht hinauf. Das ist, glaube ich, sogar eh erst für später. Von da kommen wir dann einfach mal. So, wo sind wir hier? Aha, wir sind jetzt schon hier. Gut, wir haben eh hier rauf gemusst. Weil da links drüben da ist, wie gesagt, was, wo wir eh noch nichts machen können. Also bringt uns das eh nichts. Jetzt will ich aber trotzdem mal rechts noch gucken. Was ist denn hier drüben noch? Hier ist ein komischer Speer-Guy. Okidoki. Daneben. So. Ihr seid Savage Guys. Aha, Savage. Was heißt nochmal Savage? Ist ja Englisch. Kann eigentlich ganz gut Englisch, aber das will mir jetzt gerade nicht einführen. Ey, na klar. Ruft sich da einfach mal Verstärkung. Ist ja fies. Aua. Ist ja richtig fies. Was soll denn das? So, gut, der hat sich jetzt keine Verstärkung gerufen. Zack. Und take this. Jawohl, boah, 45 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Achso, einfach nur ein Grau mit vielen Blöcken. So, eine Frischwurz. Dann ein paar Münzen. Und noch ein Pilz. Und hier haben wir noch ein paar, äh, ja, wieder so ein paar Münzen. Und genau, jetzt sehe ich ja hier wieder diese komischen Stellen im Boden. Jetzt endlich, da wir ja mit Luigi im Boden versinken können, da können wir jetzt auch endlich nach Bohnen suchen. Die befindet sich nämlich immer da, wo dieses X im Boden ist, diese Markierung. Das heißt, wir tauschen wieder die Plätze. Mario schlägt einmal auf Luigi drauf. So, jetzt ist Luigi wieder in der Erde drin. Und genau da, wo dieses X ist, müssen wir Luigi hinbewegen und dann einfach A drücken. So, Grinsebohne. Und hier hätten wir noch eine Grinsebohne. So, ab jetzt können wir das überall machen, wo wir solche Markierungen im Boden sind. Und da müssen wir halt wirklich ganz viele Bohnen sammeln, weil die, ja gut, die sind schon ein bisschen wichtig. Die braucht man jetzt nicht unbedingt, um das Spiel durchzuspielen, aber ist trotzdem ganz praktisch, wenn man da genügend davon hat. So. Aha, aha, das wäre dann Fass. So, Fass, Spaß, Teil 2. Eine Kurzballade in 2 Sätze nach Minimberitas. Will neue Länder sehen, stehend auf dem Mann im Fass. Mein grüner Freund, er ist im Fass. Wähle die Aktion mit L, steig auf das Fass mit B. Ja, das hat sich jetzt zwar nicht so ganz gereimt, aber egal. Oh no! Jetzt würde Mario erwischt. Voll fies. So, und da ist schon wieder ein Neugegner, der aussieht wie so ein ganz komischer Baum. Aua! So, was ist das da? Ein Spuckbusch. Wir machen jetzt mal hier die Savage Guys platt. So, was macht der Baum jetzt? Aha, der, ah, der spuckt mit, mit Fassies. Genau. Die kennt man ja auch als Paper Mario. Nur zu gut. Ganz böse Erinnerung dran. Und diese Mistviecher, die waren immer schon sehr lästig. So, na, was willst du jetzt machen? Na, was machst du jetzt? Okay, nicht, ah, nicht drauf springen, sonst wären wir vergiftet. Du Mistvie! Hm! Ja, uah! Aber dafür hätten wir ja theoretisch eine Frischwurz dabei. Äh, hier. Frischwurz. Eine Erholung von Anomalien. Das heißt, wir würden jetzt wieder normal werden, aber ich riskie's, dass ich das jetzt auch ohne schaffe. Genau, wir haben's auch geschafft. So, viel, viel zu Anfangspunkte und ein Syrup und Leveler für Luigi. Endlich. Level 13. So, er kommt sogar auf einmal von Mario dran. Okay. Ähm, wir werden mal die Brüderpunkte erhöhen. Und stopp die Top. Na, plus zwei. Naja, besser als nur plus eins. So. Genau, wir müssen jetzt nämlich hier irgendwie an den Schalter hier rankommen. So, das heißt, von hier müsste ich, glaube ich, trotzdem ausgehen. Wirbelsprung und wui! Genau. So, und jetzt. Zack! Wups! So, und jetzt hat Mario hier noch eine Zusatzaktion mit B, also wenn ich L drücke. Dann so und so. Jetzt wieder runter und schwupps. Richtig geil. So, und hier ist wieder ein Speicheralbum. Warum nicht? Mal gleich mal überschreiben. So, wegradieren. Grinsewald, Waldegard. Wer ist das denn? Tja, diesen Waldegard werden wir jetzt gleich kennenlernen. Passt auf. Ich bin Waldegard, der Wächter dieses Waldes. In diesem Wald findet ihr die edeln Lachbeersträucher. Um hier zu passieren, müsst ihr drei Lachbeeren in drei Farben finden. Weiße Lachbeere. Rote Lachbeere. Rosé Lachbeere. Bringt Lachbeeren in diesen drei Farben her, dann gebäre ich Einlass. Jo, das hier ist der liebe Waldegard. Und jetzt müssen wir halt drei verschiedenfarbige Lachbeeren finden hier. Um hier zu passieren, müsst ihr hier weiße Lachbeere finden, die rote und auch die Rosé Lachbeere. Genau. Jo. Ist eigentlich auch witzig, dass es eine Anspielung auf die drei Arten Wein, die es hier gibt. Es gibt ja Rotwein, Weiß und auch Rosé Wein. Aber ich ja selber überhaupt kein Wein trinke. Ich trinke ja gar keinen Alkohol. Ja, komm, du musst es uns nicht dreimal erklären, weil wir hier ständig in deine Nähe kommen. Ich weiß ja. Danke. So, naja, für die ganz Doofen wiederholt das immer wieder. So, okay, jetzt mal nach links. Ist eigentlich egal. So, wir sind jetzt nämlich schon hier. Links und rechts. So, okay, gut. So, wir gehen nochmal nach links. Oder left. So, äh, nein, nicht schon wieder. Obwohl, Mario könnte ja auch ein Level-Up gebrauchen. Ja, Luigi wurde mir nicht in den Po gepikst hier. Du Idiot. Ja, jetzt kannst du dich natürlich nicht verteidigen, du Mongo. Sei doch nicht so ein Trottel. Mensch, was soll denn das? Aua. Daneben. So. Und zack. So, und jetzt, ich darf mal das. Und dann bist du gleich mal Matsch. Und zack und boom. Oh yeah. So. Und Level-Up für Mario. Level 13. Sehr schön. So, bei dir erhöhe ich auch nochmal die Brüderpunkte. Oh, stopp. Ähm, plus eins. Scheiße. Naja. Das klappt eben nicht immer. So, wir müssen eh nach unten. Wir müssen hier hin. Ich bin die Enkelin dieser großen Waldegard. Was fällt euch ein, so einfach in mein Zimmer einzudringen, ihr Frechlinge? Aber wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr genauso gut eine nützliche Kleinigkeit lernen. Habt ihr schon die kleinen Markierungen auf dem Boden gesehen, ihr beiden? Sie zeigen an, dass an dieser Stelle Bohnen im Boden stecken. Wenn der Grün im Boden versinkt und bei der Markierung wieder auftaucht, kann er jeweils eine Bohne ausgraben. Hier sind genau fünf Bohnen im Boden vergraben. Findet alle fünf und ich öffne euch das Gitter da vorne. Ja, das ist das, was ich vorhin eben gerade erklärt habe. Aber jetzt, das wird eh, das ist kein Geheimnis, das wird sogar von ihr noch erklärt. So, zack. So, Grünzebohne. Noch eine, ich wollte sagen, noch eine Grünzebohne. Kommt aber übrigens auch darauf an, wo wir im Spiel gerade sind. Also, es gibt ja vier verschiedene Arten von Bohnen, die wir da finden können. Und, je nachdem, wo wir sind, finden wir eine unterschiedliche Art davon. So, geschafft. Alle fünf Bohnen, gut gemacht, bravo. Vergesst nicht, die Bohnen einzusammeln, wenn ihr mal wieder solche Markierungen in den Boden seht. Ja, schon ist sie verschwunden. Ja, gute Nacht. Ja, was heißt die gute Nacht? Es ist doch heller morgen, aber danach ist ja auch egal. Die geht halt jetzt pennen. Aha, da ist die rote Lachbeere. Und, oh mein Gott. Oje, oje, oje. Das riecht nach Ärger. So. Okay, jetzt ist das Vieh wieder weg. Das sah jetzt gerade aus wie ein Wiggler, ne? So, Mario, das solltest du mal untersuchen. Ja, so viel dazu. Jetzt haben wir hier einen wütenden Wiggler. Aber das ist eben ein kleiner Zwischenboss. Ja, der ist ganz schön sauer. Ähm, wie war das nochmal? Ich glaube, wir können, genau, wir können hier auf jedes seiner Segmente draufspringen. Das sollten wir sogar machen. So, damit die wieder umgefärbt werden. Und ja, Luigi ist hin. Mistvieh. So, Moment, ich habe hier genügend Wannapizza dabei. So, für dich. Ja, nicht mit mir, du Drecksvieh. Wir sind wieder im Rennen. Ja, wir können natürlich auch so auf ihn draufspringen, wenn er an uns vorbeikommt. So, dieses Segment. Und zack. Und dann noch dieses hier. So. Ja, jetzt ist er etwas langsam und ausgepowert. Und jetzt können wir ihn leicht angreifen. Ah, genau, und jetzt können wir auch endlich neue, ja, neue Brüder-Technik hier. Die Schlagbrüder. Ich glaube, bei ihm ist es doch besser, wenn wir bei den Hobbs-Brüdern noch bleiben. Das zeige ich euch dann bei einem anderen Gegner. Also, ich mache erstmal nochmal die Hobbs-Brüder. Natürlich geht es auf seinen Face. Aha. Oh, jetzt ist er wieder sauer. Oh, und mach doch noch eine fiese Schockwelle. Ich glaube, es hackt so. Müsse, 20 HP für beide. So, guten Appetit. Oh, Mann. Du Scheißvieh, ich hasse dich. Ich wollte ja doch eigentlich draufspringen, aber du warst viel zu schnell. Ja, natürlich, wenn man jetzt auf das eine Segment schwimmt, was schon gelb war, dann fährt man das nummerweise wieder auf rot um. Das ist ja auch nicht so schlau. Hey, seht ihr? Das ist doch voll kacke. Mann, oh. So, aber jetzt. Oh, ein bisschen wieder ausgepowert hier. Äh, nein. Verdammt, das hätte ich jetzt wieder nicht drin sollen. Mann, der... Ich hasse dich. Asshole. Lass das gefälligst mit deinen verdammten Schockwellen. Was bist du denn für ein Wiggler? Ja, jetzt ist Litschi schon wieder tot. Kick da mal. Wunderpilz. Ja, das gibt es natürlich, dass wir noch immer unter Levels sind. Du dreckst wie du Blödes. Ich hasse dich. Und guck nicht so doof, als hättest du dir gerade eingekackt. So, und jetzt braucht Mario dann wieder Hilfe, aber... Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Also, ein Pilz für dich. Ich habe 39 Pilze, das ist so Wahnsinn. So. Ja, ich lasse mich lieber treffen, weil das wird mir zu blöd, wenn ich da irgendwie... Keine Ahnung. So. Und so. 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 Und so. Jetzt. Hacke, Brüder. Ach, wir machen trotzdem mal die Hacke, Brüder. Ja, das ist so ein Mehrfachangriff und wir haben gewonnen. So. Na geht doch. Oh, jetzt ist er voll am Heulen. Tja, selber Schuze. Jetzt schicken wir Mario natürlich nochmal da rein. Um die Lachbeere zu holen. Du erhältst eine rote Lachbeere. Sehr schön. Gut, und zack. Und hier um. Ah, ist gar nichts. Doch, Moment. Das erkennt man fast gar nicht. Ist noch in einer Bohne versteckt. Und zwar hier. So, noch eine Grinsenbohne. So, gut. Ja, der Kampf war ein bisschen... Naja, blöd angestellt würde ich eher mal sagen, aber... Geschafft ist geschafft. So, jetzt haben wir links eigentlich schon alles erledigt, würde ich sagen. Na gut, hier oben ist noch so ein... So ein Block. Mit einer Frischurz. Okay. So, genau. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Gut, und hier gibt es wieder einen Haufen Bohner dann. Luigi, das ist was für dich. Na, ja, man muss halt wirklich H genau da rauskommen, wo wirklich das X ist. So, Grinsenbohne. Ich glaube, hier im Wald kriegen wir wirklich nur Grinsenbohnen. Die sind ja auch im Grinsenwald. So. So. Gut. Das war so schön. Das war ein reiner Bohnenraum. Oh no, was war das denn gerade? Habe ich nicht gesehen. Hat sich hinter dem Baum versteckt. So fies. Ich hasse euch. So. Schlag, Brüder. Aha. Ja, so sehen die aus. Die Schlag, Brüder, Technik. Ach so, nein. Ich darf nicht auf sie draufspringen vor der Arm. Jetzt vergiften die mich. Und das wäre wirklich nicht gut. Und Mario ist hier voll am App-Dancen. So. Und zack. Und take this. Und jawoll. So, wenn wir jetzt zwei Frischwurz bekommen. Ach, hier ist auch wieder eine Bohnen. Das ist ein bisschen lästig, dass man nicht ständig immer die Plätze tauschen muss. Und das ist, naja. Nein. Nein. Mistviecher. Fuck you. Und Yamada dazu. Hm. So. Ja, natürlich. Ich hasse euch genauso sehr. Und stirb. Nehmen wir erstmal lieber einen Pilz für Luigi. So, guten Appetit. Hm. Meine, esst ihr gerne Pilze? Ich finde die ja irgendwie total eklig. Die sind so, so. Ich weiß auch nicht. Die sind so, so eine eigene Konsistenz und so. Und, na, ich mag die nicht. Nee. Brauche ich wirklich nicht. Ich mag keine Pilze. Warum habt ihr so eine verdammt hohe Verteidigung mit dämlichen Viechern? Es sind doch eh nur ein paar Bienen, die sich da. Aua. Die sich da verkleidet haben. I hate you. Und zack. Warum ist das noch nicht kaputt? Und warum treffen die mich immer? Oh mein Gott. Was ist das denn für einer? Das ist jetzt ein... Ein Gold-Beanie. Vielleicht gibt der extra viele Erfahrungspunkte. Das wäre doch geil. So. Und... Tatsächlich. Über 101 Stachelkiller-Oren. Wir haben gerade den Stachelkiller-Oren bekommen. Was ist das? Moment. Select. So. Kleidung. Wir haben hier den Bohnen-Oren. Stachelkiller. Doppelter Schaden für Stachelmonster. Mhm. Boah. Aber die BP sinken dafür ganz schön. Von 34 auf 28. Ist nicht so toll. Doppelter Schaden für Stachelmonster. Naja. Ich lasse es lieber. Ich rüste den jetzt mal lieber nicht aus. Weil die Brüderpunkte ja doch wichtig sind. So. Ich will aber verdammt nochmal diese eine Bohne hier haben. So. Grinsebohne. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Der Part ist eh gleich vorbei. Aber trotzdem. So. Was steht hier? Startposition. Eine Kurzballade. In einem Satz nach Revino Veritas. Sind unsere Körper auch getrennt? So fliegt mein Herz, wohin es will. Bei einem Druck auf Start. Äh. Ja. Das soll jetzt nur heißen, dass wenn wir eben voneinander getrennt sind, dann Start drücken. Dann können wir sofort zum jeweiligen anderen Bruder wechseln. So. Neue Grenzebohne gefunden. So. Boah. Das war jetzt sowieso irgendwas auf Zeit. Äh. Mal schauen, ob ich das überhaupt hinkriege. Beim ersten Mal. Ich stelle mich da immer gerne ein bisschen doof an. So. Hier. Zack. So. Tür hier drüben geht auf. Jetzt. Macht Luigi dasselbe nochmal hier. Ne. Plötzlich. Das ist noch nicht auf Zeit. Das war aber irgendwo später dann auch so. Hier. Zack. Und hier schüttet eine Bohne drin. Äh. Okay. Moment. Mario muss jetzt wieder zurück. Jetzt müssen die beiden wieder zusammen sein. Sonst kann Luigi da nicht unter dem Tor durch. So. Erstmal hier eine weitere Grinsenbohne. So. Oh. Oh ja. Jetzt glaube ich. Jetzt war das ein bisschen kacke. Wartet mal. Wie war denn das nochmal? Jetzt da drüben springt und so. Ach. Keine Ahnung. Ihr werdet es jetzt eh gleich sehen. So. Passt auf. So. 15 Sekunden. What the fuck. Das ist viel zu wenig Zeit. Das ist ja richtig fies jetzt gerade. Jetzt muss Mario hier ganz, ganz schnell durch. Ganz schnell, ganz schnell. Und er hat es geschafft. Du erhältst deine weiße Lachbeere. So. Gut. War jetzt doch nicht so schwer. Trotzdem nur 15 Sekunden, dass man da wieder ganz schnell zurück rein. Und Mario da nochmal reinschickt, dass der die weiße Lachbeere holt. Also ganz schön tricky. Aber jetzt nicht so tragisch. Achso. Moment. Erstmal wieder normal werden. Genau. Und jetzt. So. Jetzt fehlen uns eigentlich nur nochmal die Roselachbeere. Wo gab es denn die nochmal? Die gab es glaube ich in der Hülle, die wir da einmal schon kurz gesehen haben. Wo wir aber nicht hochspringen konnten, weil es einfach zu hoch war. Zu steil. Na gut Leute. Ich würde sagen, die Roselachbeere, die hole ich dann aber erst im nächsten Part. Ich würde jetzt hier nochmal gerne speichern. Und dann den Part beenden. So. Boah, jetzt haben wir schon über 555 Münzen. Das ist schon sehr geil. Okay. So, ähm, Brüder-Info. Aha, noch 60 Erfangspunkte für Mario für ein weiteres Level. Aber bei Luigi ist er da nur mehr 34. Das ist okay. Das ist ganz okay. So. So. Wir haben noch Items hier. Wir brauchen hier Pilz. So. Und so. Und Sirup. Der hat 19 Sirupes. So. Und so. Passt. Schon besser. Okay Leute. Dann. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Mario & Luigi Superstar Saga im Grinsewald. Ciao Leute. Tschüss. Ciao Leute. Bebet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.